Du, das ist, äh... Was? Da ist Niko drauf. Egal, Mann, Krieger, komm doch mal her. Lass doch mal rangeln. Lass mal rangeln auch. Ja, komm doch mal her. Ich will doch mal rangeln oder so. Was willst du denn jetzt hier mit mir rangeln? Klar ist das Niko drauf, der will gerne nach Hause. Hat der Stress oder was? Nein, der will einfach nach. Der will nach Hause. Der will noch gerangelt. Der will nach Hause. Was? Was ist denn mit deinem Rangeln, sag mal. Was ist denn los mit dir? Du bist ja rapsch bekloppt in der Kopf. Du hast echt einen ganz guten Körper. Also... Das wird gar keinen, wenn es mir nicht gut geht, oder? Du kannst doch mit mir rangeln. Rangeln mal. Rangeln doch mal mit Klaas. Dann muss abgelenkt werden. Wenn es mir nicht gut geht, das interessiert wieder keinen von euch Arschlöchern. Hauptsache, ihr könnt euch an... Lass doch noch mal rangeln zusammen. Rangeln mal hier.